Kommentiert Sie selbst nennen sich die letzte Generation. Deutschlands größtes Boulevardblatt nennt sie Klima-Extremisten oder Klima-Chaoten. Politiker der AfD nennen sie Klima-RAF. Jetzt wurde der Begriff Klima-Terroristen zum Unwort des Jahres 2022 gekürt. Der Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, begründete die Jury ihre Wahl. Für Friedrich Merz handelt es sich denn auch schlicht um Straftäter, die sich mit ihren Aktionen einen Bärendienst erweisen, weil sie die gesellschaftliche Akzeptanz für die Klimapolitik zerstörten. Aber von wem spricht er? Und von welcher Klimapolitik? Die Forderungen der letzten Generation sind wirklich nicht unverhältnismäßig. Was ist mit dem 49-Euro-Ticket, dessen Staat erst einmal verschoben wurde? Warum gibt es kein Tempolimit, gegen das nichts, aber auch rein gar nichts spricht, außer vielleicht irrationale Beharrungskräfte in der FDP? Und wann kommt endlich ein wirksames Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung? Über die Formen des Protests der letzten Generation lässt sich streiten, auch weil einzelne Aktionen tatsächlich rechtliche Grenzen übertreten. Aber solange der Protest gewaltfrei bleibt und sie selbst persönlich bereit sind, die Konsequenzen in Form von Strafen zu tragen, schaden sie ihrer eigenen Sache nicht. Wer dies behauptet, anstatt sich den Argumenten sachlich zu stellen, der betreibt schlicht Stimmungsmache und spielt letztlich den Leugnern des Klimawandels in die Hände.